Hey Leute, ich mache dieses Notfallvideo, weil, oh mein Gott, das wird wirklich beängstigend da draußen. Ich meine, die Leute, die werden so schrecklich. Irgendjemand hat mal ein Instagram-Konto gemeldet und das hat die Chance gegeben, dass diese ganzen Betrüger und Scammer einfach nur tun können, was sie wollen und sie betrügen die Leute einfach nur, wo sie können. Und ich habe eine Nachricht bekommen von jemand, der mich kennt und der hat dieses Profil gefunden und er hat geschrieben, hey DaVinci, bist du das? Und das bin offensichtlich nicht ich, weil als erstes, das ist DaVinci-15 und ich bin DaVinci-J15 zusammengeschrieben und es wird allmögliche Kombinationen geben, weil das ist wirklich, wie sie dich betrügen und lass sie dich nicht betrügen. Die sind wirklich schrecklich, die werden dein Geld nehmen, sie werden deine Bitcoin nehmen und verliert nicht eure Bitcoin. Ich werde dich niemals fragen, um mir irgendwelches Geld zu schicken, für irgendwas, überhaupt. Also wenn das passiert, ich möchte, dass ihr ein Ding für mich tut. Schickt ihnen eine Nachricht, wenn ihr ein Profil sieht, was so aussieht wie ich und du denkst, das bin ich und ich frage dich nach Geld und ich sage dir, du musst irgendwas kaufen oder in irgendeinem Kurs beitreten oder irgendwas. Ich möchte, dass du was ganz Einfaches schreibst. Zwei Wörter, F und U. Das sind keine Wörter, aber du kannst die Buchstaben gebrauchen, um es zu vermitteln. Und wenn ihr das für mich machen würdet, das wäre wirklich super. Und vergisst nicht, die Leute zu melden. Ciao.